Ich hoffe, dass der von den Project-Skins irgendeiner wieder ein Leak-Partner-Programm-Skin bekommt. So ein schöner grüner Project-Pike, da würde ich mich sehen. Grün? So schwarz wäre geil. Ja, aber die Project-Dinger sind ja immer, äh, die Leak-Partner-Dinger sind ja immer grün. Echt? Ja, das ist die Partner-Farbe. So ist mir gar nicht aufgefallen. Als ob. Wurde ich nicht. Mit bei jedem Dick drüber, mit grünem Chroma. Ich kann den lösen. Wir werden so überfahren gleich auf Level 3. Oh ja. Tavares gepickt und nicht mal ein Poke. Und ob wir so einen LKW spielen, der so einen Busch gerade wartet und die ganze Zeit das Gas so andrückt. Möp, möp. Auf Level 3. Der lässt so die Reifen hier. Wie heißt die Scheiße? Swietschen. Genau, nee, äh, ja. Burnout-mäßig. Genau, Burnout-Schmurnout hier. Machen wir ein paar Kurven fahren und dann ist Feierabend. So, ich bin jetzt ready. Wenn du nochmal wardest eben. Okay, das ist um. Boah, so ein Soundboard, Alter. Wo ich auf meinem Weg einfach so... Boah, einfach so ein Crash. Boah, so eine Explosion. Oh, ich dachte schon. Nein! Oh mein Gott. Ich geh nach Hause. Warum ist mein Brand da vorne? Oh mein Gott, ich hab komplett getrollt. Scheiße. Den wollte ich nicht da oben haben. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Was hat mein... Was hat mein Scheiß... Ah! Warum hab ich den Brand da nach vorne gepackt? Ich hasse das mit dem Umstellen. Das ist so eklig, Mann. Das ist so unlustig. Das ist halt wirklich nur dieses... Ah, hat er nochmal umgestellt? Hat er nochmal umgestellt? Hat er nochmal umgestellt? Ah, was hat er jetzt anders gemacht? Oh, oh, eine Sekunde. Oh, nee, 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 nee. Das ist so nervig einfach nur. Boah, du hast einen kranken Hook von dir, okay? Ich würde gerne mal was treffen, aber irgendwie ist das nicht so einfach heute. Du musst ja nicht glauben, Kutsche. Natürlich dodged er das, ey. Heute ist nicht mein Tag, ich sag's dir. Er hat geflasht irgendwie hier, immerhin. Das war sogar work. Wir hätten mal fliegen können, wenn ich da predikte, wohin dodged. Nur rollt runter. Alarm. Jetzt kommt er. Ich bin schon mal auf Alarmstufe Rot hier hinten. Boah, ich könnte ihn jetzt so geil töten, den Twitch, aber... Die haben leider einen Jungler. Der heizt ja auch nur ganz wenig. Ja, der ist schon Blade fertig. Oh, lol. Das ist geflasht, äh, Blizzcrank, oder? Ja, der ist geflasht. Der war auf sich rauflaufen können, er hat sich geflaschen müssen. Ja, leider splittet der KZX die Map öfter Losing Lane. Das ist halt auch immer nicht so sexy. Ich glaub, die wollen uns jetzt hier gleich dive, also auch playen mal. Mit der Remedien ist wichtig, durch den mittleren Caster. Oh, nice try. Ja, Nunu ist safe immer noch hier. Das ist immer noch nicht Base. Wenn wir jetzt noch mal abholen können, bevor er Base war, ist schon gut, ich meine. Ich bin leider tot, glaub ich. Ist das der Kill? Jawoll. Alles Warf hier. Jawoll, Leck. Du lebst du. Vielleicht nicht. Doch. Boah, die Kayn ult. Wir sind ja ein Team. Ja, das war richtig schön. Leider keine Äxte, aber egal. Und zwar, das Game komplett nutzlos, aber jetzt hab ich wenigstens wieder eine 1er KD, ey. Sehr gut, Kutcher, sehr gut. Obwohl, da hab ich die Katharina gehoben, das war dein Kill. Die war alles ich. Ich weiß zwar nicht so ganz, was die Katharina da wollte, aber... Oh Gott. Sehr schön. Katharina nämlich auseinander hier, hoffentlich. Komm mal hinter die vielleicht. Oh Gott. Ja, die Gegner haben jetzt komplett einen Mental Breakdown, glaub ich. Nur so geil, wie so... Das ganze Game so in einem Fight komplett shiftet. Ja, naja, jetzt funktioniert's halt nicht mehr einfach nur Wotze campen. Du denkst so vorher so, boah, die sind einfach besser als du. Und dann gewinnst du einen Fight, wo drei Leute sterben und auf einmal spielen die Scheiße. Aber gut, ich weiß nicht, was die Katharina sich da grad dachte. Die hat nicht mal Gunblade und denkt, die kann, wie wollen wir wollen. Das ist ein mutiger Backport hier. Alles kalkuliert, Jungs. Alles kalkuliert. Ja, also Landing Phase ist Humi dead, was Harris angeht. Am Morgen. Wie hart haben sie denn, also wie hart ist Nick Humi nach? Damage ist, das Problem ist, dass du kein Mana durch deinen Auto-Tags wieder bekommst. Hm. Das heißt, du gehst auch auf den Mana. Was ganz neu ist halt irgendwie. Und Damage, ja, so ein bisschen. Also nicht wirklich viel, aber schon ein bisschen. Oh. Oh fuck, we are dead. Is fuck. Ah, hab ich ge-greedet. Scheiße. Ari? Du hast ein bisschen viel Bock hier. Okay, das ist auch wieder dead. Der 16, ich mach jetzt 25. Ich hab keine Ahnung, wie wir das GameCinist nochmal wollen. Oh, macht die so viel Schaden, Alter. Ist das geklappt, Alter? Oh, was? Ich wollte die gar nicht drücken, hä? Scheiß Auto. Scheiße. Manchmal schimmert's noch durch, der ich da auch. Das war schon schön. Das war schon schön. Aber... Gut, dann gewinnen wir halt das Game so. Indem wir einfach random... Indem sich die Kayle random catchen lässt und wir einfach AOE-Damage machen. Das geht natürlich auch immer ganz gut. Du bist ja zu dritter, ne? Äh, das war ich. Gut. Dann echt einfach gucken. Du hast das Beste, was wir machen können. Nice, nice, nice. Oh, warum endet sie nicht auf das Game? Vielleicht auch, denke ich. Direkt doch besser was chillier gewesen. Pff, endlich. Es war so unsatisfying, das Game. Auch geil, wie der mit 80 Taunen kam auf uns rollen. Ja. Und auf einmal so Jungs. Aber der Twitch hat halt wirklich nichts gemacht dafür, dass der fucking so refilled war. Ja, tatsächlich. Ich hatte echt das Gefühl, dass der irgendwie ein bisschen gepennt hat. Ja, wenigstens ein Win. Die Losing-Streak ist vorbei, Kutscher. Jawoll, ich bin nicht deine 4. Hier hätte ich auch wirklich Geryn spielen können, hätte keinen Unterschied gemacht. Kannst du auch ehrlich für ein Flay geben, wir sollten die Hardout traden. Ja, ruhig ran. Warte. Atos Thunder Flash. Jawoll. Barrier der Weltkurs, muss noch ein bisschen auf achten. Aua. Wenn wir Traving gegen Weltkurs sagen, ich muss ja entscheiden, will ich 200 Damage kriegen, oder will ich meine Axt fangen. Oder meine Axt droppen, so. Aber das soll jetzt Lane für diese Wesen sein. Was hatten die sich da grad gedacht? Klar. Ich hatte ja auch noch Aftershock und... Die hatten auch keine Ignite. Wir hatten noch die Ignite. Das war schon ziemlich end. Ich hätte BF, aber ich überleg echt, ob ich nicht vielleicht doch... Sie war beim Scepter gegen die Melkurs. Ah, ich geh für BF. Die maximale Gönnung hier. Können die jetzt komplett überfahren. Die hat einen Dagger. Hm. Reckside Bot-Side. Das solltest du nicht contesten, lieber. Nee, die Tablet sind nicht aus, für Kulebra. Du musst einfach mal die Seite aktualisieren. Das passt einfach nur keiner rein. Soll'n dort. Nö. Reckside ist immer noch Bot-Side, ne? Ne, 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 ne. Ah, kurz mal gezeigt, wer der Papa im Haus ist. Ist okay. Auch noch Flash. Also wenn der... Wenn Reckside kommt, können wir wahrscheinlich sogar die Reckside töten. Wie ist die denn, ne? End ist hier gewollt. Jetzt nicht mehr. Äh, Reckside ist immer noch Bot-Side wahrscheinlich. Am Omo kriegt grad Top-Side. Mal oben wieder, obwohl... Machen wir mal hier Express-Lieferung. Haha, guten Tag. Ich hab letztens übrigens ne These aufgestellt, dass ich glaube, dass die meisten... Oder das... Dass Einzelkinder meistens AD-Carry spielen. Ist wirklich so? Also ich bin Einzelkind. Ja, da hab ich so mit meinem Freundeskreis noch geguckt, da ist mir mit dem Team aufgefallen, dass das genau hinkommt bei uns. Aua. Jetzt hätt' ich doch gerne das Vim-Septer. Ja, wieder hier. Ja. Warte, wenn wir sechs waren. Oh, Eier gerade, ey. Hab ich dann hoch, teilweise die tot. Ah, okay. Deswegen haben sie Eier. Deswegen haben sie Eier. Du bist die nicht komplett am tollen. Ah, scheiße, dass ich den hier nicht gekriegt habe. Weil niemand hat Aggro gekriegt? What? Schwierig. Ich hasse Fiss. Ja, wenn du nicht Xayah oder Sivir spielst, ist Fiss eher so semi-spaßig als ADC. Aber das kannst du halt auch bei 30 anderen Champions sagen. Deswegen sind Xayah und Sivir doch grad so beliebt mitunter. Und dann einfach von den 50 Champions, die gespielt werden, denkst du dir bei 30 Champions, warum hab ich eigentlich nicht Xayah oder Sivir eingeloggt? Ich hab den, ich hab den. Gut, du bist es halt einfach. Das war halt einfach wieder schön. Einmal gecallt und durchgezogen. Äh. Ich hab den vor. Susanna hat irgendwie heute ein bisschen grad geraucht oder sowas. Die hat Lack gesoffen, aber einen ganzen Liter. Die hat die nicht geroffen, die hat die sich injiziert, Alter. Die hat die Blut lang gespritzt. Schon klar, Lack. Was war das denn? Oh, nee. Nee. Ich hab dich nicht gesehen, wenn du das nicht gesagt hättest. Ich rede ich ja mit dir. Du scheiße Einzelkind. Oha. Ich würd gerne mal so eine Rollenverteilung von Einzelkindern sehen. Mit Geschwistern haben und mit Einzelkindern. Ob es da wirklich Präferenzen gibt, ob dann die irgendwie 5% mehr ADC spielen oder sowas. Finde ich voll interessant sowas. So. Ich lass dich mal ein bisschen überfahren hier. Ich hab einen 20-Ult. Ich dachte, du bist schon ein toller Champion. Oh, ey. Dass das funktioniert hat. Oh mein Gott. Vielleicht will, dass du schon mal hier hinläufst. Und nicht stirbst. Jetzt. Hat sich das erledigt? Ich töte dich trotzdem. Warte. Mit dem Agro. Hab. Tschüss. Mit der Stopwatch hab ich nicht mitgerechnet. Scheiße. Hat er uns aber gebetet, Alter. Geh Delivery. Hallo. Dankeschön. Haben wir da kein Trinkgeld für dich heute. Ey. Ey. Ich bin stuck. Oh mein Gott. Ich bin in Base, ne? Ja. Ich wollte Pocorono wie früh saßte. Ciao. Oh. So S-R-L-C-Wir. So. Warum spielt man sowas? Vielleicht macht das manchmal mehr Spaß. Ja, wenn du ahead bist, ja. Die Tristan ist auch fucking boosted. Splash. Oder. N Jonado gecancelt. Oder kommt Fiss. Nee, 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 nee. Da bin ich ganz schnell raus. Kommt da irgendwas, oder? Boah. Gut, hätten wir das auch geklärt? Alter, was war das denn für eine Armee? Irgendwie raus noch? Okay, mach dir das. Ich kann nicht attacken. Alter, was war das denn gerade? Ich habe einfach dreimal Vision verloren. War nicht clean, aber hat gereicht. Können wir noch einen Funnel machen. Ich hätte den Amomo auch healen können, das war mein Bett. Peter. Amos ist leider nicht da. Hm, muss denn ja branchen hier gestorben. Sind ja immer gehoopen. Wir haben Baron Reset und dann pumpt der Amomo erst mal den ganzen Jungle. Das ist auch nicht so geil. Äh, Branch? Und? Ja, auf jeden Fall bockt der Junge. Nichts machen, Alter. Ja, ist okay. Zwei für eins. Die haben alles raus. Wenn die alles raus haben, kann ich halt da carry'n. Fisse nachts. In den Bündern raus, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich habe so geintet, warum flashe ich da? Wenn ich den kriege, ist er auch nicht worth. Super dumm von mir. Hast du noch Lantern? Ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Ich glaube schon. Okay, da nicht. Geht auch nicht. Ohohoho Ammo, läuft bei dir, das hab ich eigentlich ziemlich gut gespielt sogar, ich glaub das hätte ich überleben können. Ich hab auch überlebt. Ja, hätte ich meinen Flash dann nicht gegen Rexha geracet, dann wäre das alles einfach geworden. Jetzt müssen wir halt langsam banen, ich bin halt voll, jetzt wird halt mit jeder Minute die Tristana stärker und ich nicht mehr. Der Sam verkauft mich komplett, der Sam hat mich einfach verkauft. Ich glaub der war genau in der Sekunde geholfen, glaub ich. Boah. Das GA hat mir grad zehnmal mein Leben gerettet, Alter. Ja, war schon nicht so super clean, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hab auch nur noch 60 Fairs schon wieder hier in Late Game Fights, ne? Ja, Late Game ich auch. Kann doch nicht sein, Alter. Von wann ist League of Legends? Von 1903? Late Game mit Baron Buff ist komplett irre. GG. Oh, schönes Game. Wooh. Untertitelung des ZDF, 2020